Ich hab' Ihre Nachricht erhalten. Ich hab' mir mal Ropeburn angesehen. Wieso? Er ist Travis Burfield, Pope's Security Chef. Denken Sie, er war das mit Pope? Vielleicht. Auf jeden Fall hat er Kate reingelegt. Er wollte, dass sein Kopf dafür bezahlt. Und er war nicht allein. Er erwähnte ein Projekt Icarus. Burfield ist gefährlich, Faith. Er ist keiner, mit dem Sie Ärger haben wollen. Er hat meine Schwester verarscht. Es tut mir leid, Faith. Was denn? Das hier. Ich will auch nicht, dass Kate dafür bezahlen muss. Aber leider gibt es Privatunternehmen, die in unseren Bezirken mitmischen. Zur Verstärkung der städtischen Sicherheit heißt es. Sie sitzen uns im Nacken und warten nur auf einen Fehler. Der einzige Weg, das gut zu Ende zu bringen, für uns und für Kate, ist Ihnen was zu geben. Mich? Ja. Mich interessiert nur Kate und ihr zuliebe. Lass ich sie gehen. Doch wenn sie nochmal eine Waffe auf mich richten, erledige ich sie. Und vermutlich werde ich der Stadt damit einen Gefallen tun. Da bewegt sich ein Vogel Richtung Roperns Meeting. Ist das Roperns Partner? Vielleicht. Für mich sah wie von der CPF aus. Und wie viele Leute kriegen hier einen Vogel in die Finger? Nicht viele. Wenn du sie erwischen willst, leg besser los. Und bleib vom Boden weg. Zu viele Körpers. Essen veux einfach raus. Meine Frau gibt es diese Frage. Dentist atraves auf mich. Entschuldigung, sie's eine Richtige neben mir über deineieben. Das ist also ganz schlecht schreckig, wenn du sie mit dem Be sediment machen. Das darfst du nicht wahrnehmen nun sein. pasee Elliot, lieber Sometimes. Gehe Elliot? Was macht keinen Lust? Ah! Sehe mir gerade die Baupläne an. Das ist ein Labyrinth. Und es ist ruhig. Aber wenn ein Vogel im Spiel ist, werden sie wohl in der Nähe des Daches sein. Du musst dir einen Weg nach oben suchen. Bist du durch? Das heißt dann wohl, nein. Das ist ein Labyrinth. Das ist ein Labyrinth, der erstickt bis zum Hals in dieser Icarus Sache mit drin. Ich mach mich auf den Weg nach oben. Mal sehen, was ich über Pope und Kate rausfinden kann. Hat er dich beschickt? Ihr könnt beide Zäule gehen. Niemand bedroht dich. Ja, mir geht's gut. Du solltest schnell reden. Deine Hände fangen an zu schwitzen. Du hast Kate Connors reingelegt, richtig? Die Polizistin? Klar. Es muss dein Kopf sein, oder? Ich kümmere mich nicht um Politik. Wer hat Pop erledigt? Du? Nein, ich hab jemanden angeheuert. Wien. Einen Profi. Wir treffen uns morgen um zwei. Im Atrium des Einkaufszentrums. Du erkennst ihn schon. Warum war Miller hier? Bist du sicher, dass du das wissen willst? Zieh mich hoch, dann reden wir. Vorsicht, Faith. Wenn du mich linkst, bist du Matsch. Klar. Klar. Shit, Merk, hier schießt jemand. Ropen hat's erwischt. Was zur... Die Cops lösen die Party auf, also verschwinde. Die Cops lösen die Party auf, also verschwinde. Die Cops lösen die Pfeilung. Mit der Liebe ist ein Hoffenstag. Jack Knife hat wohl recht gehabt, dass Rope Burn dahinter steckt. Ich frage mich, wer dieser Profi ist. Ich versteige dein Signal, such du einen Weg. Das Signal steht. Scheint als hättest du Ruhe vor dem Kopf. Für den Moment. Die Haltestelle Riding Park scheint geschlossen zu sein. Irgendwelche Renovierungsarbeiten. Oh Mann, die Kops kommen in die U-Bahn. Du musst weiter runter, Faith. Blick aufschneiden. Schließt den Eingang. Mach den Wandscheid dicht. Die Kops schneiden dir den Weg ab. Mach die Kampfe rein. Verdenktige Gesichter. Verdenktige Gesichter. Verdenktige Gesichter. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.